Deine Luke sind Pi, ich mache den weiterer Erfolg, lass Invade... äh, Castle. Oder lieber gesagt, ey, ein Klang... ... ein Klangpill, oder so, ich weiß nicht. Oh, es ist mir scheißegal, was ich für die mache, so lange du für die hast. Heheheheh... Ich meine, du sind die Gegner, von... ... von der Barrikade, ja genau! Yeeeeees! Oh je, chill! Ah, ich brauche Muni! Ich hab schon keine Muni mehr, ich kann die Halteräuche benutzen, Am liebsten hast du die Haltung hier, ne? Das ist die erste Album, die noch ein bisschen. Das ist ja nie, der ist gut, die war wohl so. Stopp, 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 das war was ich ganz gut. Also. What the fuck? What the fuck? Das ist ein Genius. Oh, lol. I'm a Genius. So, was ist das? Ich sag's, das ist doch. So, das war interessant. Interessant, da glaube ich, dass da ja auch noch dreckiges Secrets gibt für den Totendor. Und einfach, muss ich einfach nur noch Objekte aufpassen, die ich besitze. Also, das ist interessant. Ich meine, von den Dokumenten. Aber egal, ich meine, ich würde nur mal über Foti und dann busche ich halt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, das ist ja vielleicht. Püda, Mann, ich möchte vor, wenn ich noch mein FG-2-Feuer zu schmunikieren. Damn you. Ah, ich muss einfach auf. Okay, ich meine, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich muss hin muss. Äh. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Zungebrecher. Aber ich weiß nicht, ob das verdammt ist. Oh, shit. Okay, das war wirklich verdammt ist. Das ist ein Super Mutant. Ich meine, das sind mir in dem Sack mal einer Versuche, die voll Queepier sind. Das ist ein Paranormal Krieger. Oh, shit. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich muss hier machen. Ich weiß nicht, dass ich das nicht��. Also das ist ein Auto. Ich weiß nicht, dass das nicht mal ist. Oh, shit. Ich weiß nicht, dass ich es nicht weiß. Das ist ein Paranormal. Das ist ein Paranormal Krieger. Geile Scheiß, geile Scheiß. Ah, ich bralle es einfach. Okay. Püter hat es auch viel Muni. Oh, Scheiß. Was, was, was? Ah, Scheiß. Das war dumm. Ich hätte sollen aber die anerhören. Ah, Merz. Egal. Keine Rüstung. Das ist für Shane. Ah, ich will auch hier noch nicht zu reloaden, also. Ich freue mich, ich will schon sehen. Ich freue mich, ich will schon sehen. Ah, ich will mich aber zum Zambel rumkommen. Ja, ja. Ich meine, ich muss nur ein einziges Ruf an die Katakombe gehen, und dann muss ich da drüben. Ich meine, es könnte ein großer Destroy-All-Super-Soldier. Oh, nee. Ja, ich kann... Ja. Okay, ich will schon sehen. Ich meine, ich will schon sehen. Okay, Madame Blavatsky wird beginnen die Ceremonie irgendwann mal. Once sie beginnt, make sure dass sie nicht in der Richtung des Wunders. Was... was wird passieren, wenn wir... Wenn du siehst... ...ja, erst dein Blut beginnt zu beurten. Und nach dem... ...ja, es wird nicht sehr viel nach dem... Ja? ...ja... ...ja, okay... ...ja... 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 Ii sind nie oft gestehen, ne? Oder ich will nicht alles falsch machen. Also Nein, ich will nur gut gebraucht. Zum Beispiel Winigarn darf schon nicht verschweinende Bazooka verschweinen Jeanet, weil das ist wirklich kein Super-Milkant. Also, das ist auch schlauer. Und ich benutze die als Sniperlo ganz, ganz oft, weil der ist richtig praktisch in der Mission. Wie ich sie kann. Scheiß Nierwöl. Oh, du hast ein bisschen. Du hast ein Klang, ich hab' mir gehört, was du meinst. Ich verspreide mich, Moni, für dich. Geh' nicht mal gucken, was du hast. Wehe sie schon nie. Vielleicht könnt ihr euch noch etwas Gutes sehen oder noch etwas Scheiß. Uh, Elektroshocker Muni. Die hast du immer wert. Okay. Ich darf die Muni halt nicht verschwenden, weil die ist richtig praktisch. Die war es mega stärker. Die hat Night Vision, das ist immer gut. Also für die alte Mission. Ich denke, das ist die ähnliche Mission, wo die Snap ultra praktisch ist. Weil ja, Night Vision also... Ganz groß. Open sozusagen. Open Flaschen. Ah, und das Schnee-Mission war es auch praktisch, man. Ich meine, hier ist immer die Mission, wo ich am meisten gebrauchen kann. Wo ich einfach durchlaufen kann, einfach füttisch essen kann, man. Wir können ein bisschen gefehlt sein, weil... Weil gesagt, das ist ganz, ganz groß. Alles das Opa... Ja... So viele Gehchen hat dort immer schwach knüpfen können, wie den dort sagt. Ja, okay, ich hab den da gesehen. Ich hab den da keine gesehen. Warte, nochmal. Oh, die haben schon geschickt in Liebe, ey. Ich will so passen. Ah, das ist wirklich gefährlich, die Scheiße. Oh, du hast den... Oh, Mann, es war ein Schotten, die Scheiße. Das ist alles okay, dann. Ich hab immer ein bisschen aufpassen, weil ich... Ich hab auch keinen dumm zu stehen. Oh, du hast ihn. Ah, scheiß Kuchen verschwendet. Oh, da kutschst du... Okay, schmink ich kutsch, ja. Oh, jetzt sei leid, du. Du, jetzt ist tot. Okay, chill. Oh, Mann, du haben schmink, halt geht jetzt zu sehen. Kampen, wenn man ein Bazooka, den man lieber schwäher möchte. Wann ich nicht weiß, dass denn du hast. Schmink... Nee, du kannst nicht dran. Schmink, ich kann das nicht von der anderen Seite, doch, Mann. Fuh, Mann, scheiß Blödsinn. Uh, scheiß, du hast ihn. Oh, ich schaff' wohl, du bleibst das Leben, weil das geht so... Uh, scheiß. Chill. No, man kriegst das nicht, weil das auf sich, aber die Fäden halt dumm drauf geht. Also schön, so, 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 so schön, so, so schön, so, so schön, so, 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 so. Also pass' mir mal ein gut ab. Da ist ja alles durchforschen. Na, da gehen wir weiter, yey. Das ist viel mehr froh, wenn ein Schilder wäre, weil... Die Mutanten, Super Soldier, Ubersoldat, sie sind richtig Sucker. Du hast ja schon gesehen, wir haben da. Hänger mich sehr unter, mit dem Boss. Wir können schmink, dann nehmen da eh den einzigen Boss und sind mal fertig haben am Spiel. Also ne, ein Boss, der voll sauer ist. Schmink, das ist schwer, ist ja nicht sicher. Schmink, das ist ja nicht, da. Uu, das ist ja. Oh, das ist ja... Das ist ja, da... Das ist ja, da ist ja eine... Einfach stopt, das ist ja nicht. Ja. Ah, das ist ja gut. Ach... Ah, egal. Oh, du... Du hast... Ein kleines Bass, mein ich, weil schon da ein Löt gesehen. Ja. Piu, 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 Piu Piu, Piu, Piu Piu, Piu Piu Piu, Piu Piu, Piu Piu, Piu 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 Piu. Oh, fuck, Sniper. Sniper Position. Ah! Ja, man. Chill. Ah. Könnt ihr schon einen Friedhof sein? Das ist sauer, weil da muss ich den Mutanten kämpfen. Oh, ein MG. Ja, ich mein, das ist Friedhof. Soll ich das jetzt schauen? Geh mal gucken. Wohlverstanden. Ich mein, das ist nur richtig weh. Ich mein, das ist Dreckfutti, ne? Ja. Ah! Hat Dreckfutti, ne? Wow. What the fuck? Okay. Schmange Seehundmonsterin erwacht. Ist der Mann, das ist ja schade. Soll ich da ein MG halbieren? Oh, fuck, oh, fuck. What the fuck? Das war komisch. Ich hoffe mal, dass ich die Quick-Safe tue, weil das ist nicht am Arsch. Ah, ne. Dann, dann, manchen gequetscht kann. Dann, ich kämpfe mich bis vierhinter durch. Aber, oh man, sehe ich, dass die Locationer kommen. Leitste, du Scheissdreck. Schon haben wir DERP. Sieh ein Scheissmissier. Ah, okay, cool. Ich laufe nur ran. Ich geh sehr auf dem G. Und dann knüpfe ich die... ...Gay schon auf dem Fussi. DERP. 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 Oh, creepy, creepy. Ich geh sehr below, mal. Und dann zieh ich nicht do, na so. Dann kommen sie schon. What the fuck? Ich schaue das Ding leer, wenn. DERP. Okay. Machen wir es so, machen wir es nicht strategisch. Hallo, kommen Sie an das, ne? Nein, natürlich. So. Los, spawnen Sie. Schlimm. So, ich verstopfe mir die Schleber. Weil das trefft... Oh, Scheiss. DERP. What the fuck? Wie trefft's ja mit? Das nehme ich Schein. Ah, man. Ich nehme ein, äh... Schleife. Das ist besser wie... 90. Ah, schnell. Sollen die Muni verschwenden? Oh, Scheiss. Oh, mein Gott. Die... Sie nerven, die dorten, da. Schaßen, die Mission. Und ich getroffen? Schmein' nicht. Oh, mein Gott. Lässt, ich schlippe Barzooka an Verhöhlen, einfach draufknüppeln. Oh, da schmeint er. Also, geht doch. Lol. Oh, oh, cool. Da ist ein Quicksate, wer ist. Der mit. Zwei Super-Mut-Laden. Also, Quicksate. Ich hoffe mal, dass die Barzooka anruhen. Ah, ich küsse ich schon da hin. Ah, komm. Ah, chill. Oh, nee. Ich küsse ich drum... Äh, schmein' den... Nördisch. Schmein' dass das... Nochmal gehe ich nur die Super-Mutat-Mam. Oh, mein Gott. Ist das chill? Ah, zu wenig, die Liga noch nicht chill. Wow, wow, wow. Oh, shit. Das ist ein Zweten. Ah, schmein' ich die Muni. Ich küsse ich schon. Es ist komisch, wie weit's da schießen kann. Das ist ein Scheiß-Elektro-Schocker. Was selber kannst du mir abschießen können, das ist nicht schön. Damn you. Oh, mein Gott. Das ist so chill, die Dürmerzöne. Mit der Range von Elektro-Schocker sind. Du kannst ja ruhig mal da versuchen, ob mir Scheiß-Elektro-Schocker sind. Also, ich hätte so ein B-A-Scha-Elektro-Schocker für den Endpost, weil der mich nicht viel Dämmisch, also. Oh, mein Gott. Das ist die Waffe so geil. Oh, damn. Hast du viel Muni. Holy moly. Das ist nämlich scheinlich viel Muni. Oh, geile Scheiß. Ne, ist auch das beste Pfeil. Damn, yo. Damn, girl. Oh, natürlich. Das ist ein Schlichtraggelehr. Das ist nicht schlau. Oh, fuck. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Was ist das? F***. What the fuck? Das ist ein Hammer, das Futti. Los, Futti, oder? Okay, du musst ruf. Äh, das geht Leben mir halt. Das ist für mich cool, weil ich könnte noch ein bisschen Leben gebrauchen. Yeah, yeah, yeah. Und das ist eine Pfeil, mag ich das? Oh, yeah. I'm ready. So, komm noch mit Zombien, dann nösch'uner Bazooka. Ah, nösch'uner Bazooka. Ah, nösch'uner Bazooka. Uh, damn, ich nehm noch viel Muni für die Heidenheit. So, nösch'uner genug für mein, für mein Elektro-Shocker. Ah, natürlich, super. Pack ich, pack ich. Ah, ich mein, nehm noch beim Endpost. Und ich mach noch eine Masse Bazooka-Muni. Lief'n an, schießt was noch. Ich mein, geht für den Endpost zu packen, also. Ah, für dich, oh, geil. Dann buch ich mein Verruf, an machen wir nächste Mission. Oh, mein Gott, nösch'uner drei Missionen oder so. Weil, lo, mein, ich muss ich manchmal durch die Katakombe laufen, und dann muss ich, ja, 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 ja. Und dann könnt ich nachher irgendwo schon durch das Schloss laufen, wo ich zum Beispiel zum Beispiel. Und dann könnt ich dann den Endpost. Püda, mein, das ist das Spielkreis. Also, das ist für mein Super-Mutant, im Englisch. Also, ich mein, ob wir uns drei stecken. Innen sind ich mal sehr schade. Das ist nicht. Ich mein, bloß schon Zombie kommen, sind ich mal nicht sicher. Ich mein, die kommen eigentlich am nächsten Missionen, ja, bist du da aus einem Zombie frei, mein. Sogenomme Super-Mutanten oder so. Jupp. Ah, ich sieh mal schon. Oh, fuck, man. Ich, 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 schei. Stankse, gekillt gehen, wie geh ich nach. Oh, ja. Okay, also, das ist für mein Super-Mutant, nein. Pardon, Ubersoldat. Stankse, also, ich, ich, das ist für mein Super-Mutant. Oh, das ist das Spielkreis, das ist für mein Auto-Kriminein. Und jetzt ist Bock, die Wolfenstein zu zockern, die neun da, weil du nicht so scheiß, obwohl du bist doch scheiß gegner, die richtige Sucker sind, aber nicht so Sucker wie die alte Sucker, ich hasse die Sucker. So ein Mensch, glaube ich, die scheiß Elektro-Fucker, die da zu beenden laufen, die, die sind Sucker. Man, nicht so Sucker, äh, wie die einen, weil es auch viel mehr ist, haben die einen. Gefahr, da gefällt mir nicht. Okay, ich muss da rufen, englisch. Es hilft, dass ich mal ein bisschen lebe, nein, warte, wie praktisch. Oh, der, ich bin da drauf. So, soll bald Gefahr gehen, oder? Ob, oder nicht, färscht, das hat, nee, okay, okay, ich muss da rufen, ach, ich hätt nur gehofft, dass ich hier schon hab's gefahren, aber wo ich ein bisschen Rüstung kriege, weil Rüstung, Rüstung ist geil an dem Spiel, das Sehle mal richtig geil, weil, da tönt man schon schnell sterben. Ja, ja, ja. Okay. Ich lank den Übersoldaten, kann er mich, oh nein, das ist alles okay. Nee, noch mehr schlimmer, eh, Flamme werfen, du die. Obwohl, das sind die Schilds, die killen, ma, ich, ich färte Flamme werfen. So, okay, schön. Okay, schon mal voll lebe. Was schön, wann die doze Rüstung bitte droppen, das wär richtig geil. Oh, fuck. Ah, schön, ob es hier lebe war, oh, nein, ist gefährlich, das könnte ich laufen, wenn ich mich regell, um hier lebe sichern. Ah, das ist doch, das ist so geil, das ist ja, das ist ja, das ist ja, okay, das ist doch, das ist fantastisch. Ah, das ist doch, das ist doch, das ist doch. Ach, mach mach. Chill. La, 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 lala, la, lala, lalalala. Oh, la, 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 la. Ah, das war so scheisschill, das war so. Okay, so, zwei supermodellen, komm, nein, nein. Na, Trashgast. Damn, die Position ist mir ja beiss. Das ist eine gute Schmarrn. Ich mach' doch nicht nur noch drauf. Chill, chill. Ich mach' nicht Löffel, lieber. Mal zurück an der Bahn, nicht der Paden. Oh, ich will schon noch ein bisschen leben, ich mag nicht. Jupp. Aber wie soll ich denn ein paar Zucker benutzen? Ich freu mich grad. Okay, cool. Okay, dann beenden ich ein paar. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ich stein zocken. Also, tschüss.